Aus welchem Grund haben Sie sich damals für Logistikmanagement an der EurofH entschieden? Ich habe damals schon eine Ausbildung gemacht zur Kaufhof für Spedition und Logistik und habe mich deswegen dann auch für den Logistikstudiengang entschieden. Und die EurofH, die hat einfach die Flexibilität angeboten und ich konnte es einfach variieren mit den Prüfungen und gerade auch neben dem Beruf war das einfach super. Wunderbar. Und was zeichnet den Studiengang Logistik an der EurofH in besonderem Maße aus? Also ganz besonders fand ich auf jeden Fall das internationale Seminar, einfach mit anderen Studenten nochmal zusammenkommen und die Logistikinhalte sind sehr tiefgreifend auch gewesen, auch gerade im Thema Materialfluss, wo ich jetzt dann auch eine Stelle bekommen habe. Das heißt, Sie haben jetzt eine berufliche Karriere durch Ihr Fernstudium gemacht? Ja, natürlich. Was für eine Stelle ist das genau? Ich betreue momentan den Golf 7 Anlauf in Brasilien und betreue da quasi die Beschaffungsnebenkosten und fliege auch nächste Woche nach Mexiko. Das klingt fantastisch. Ganz herzlichen Glückwunsch auch dazu. Würden Sie an Studium an der EurofH weiter empfehlen? Ja, ich bin jetzt auch schon für einen Master eingeschrieben und mache gleich weiter.